1Live Domian Das 1Live Talk Radio 0800 220 50 50 Domian Im WDR Fernsehen und bei 1Live 0800 220 50 50 Jo Leute, schön, dass ihr auch da seid. Wir sind nämlich auch da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Freie Themennacht, offene Talkshow. Heute wie immer mittwochs. Also wenn ihr gerne mit mir reden, plaudern, streiten wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder mailt unter domian.wdr.de Erste Anruferin heute Nacht ist die Marion. Und Marion ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Ja. Und was geht es bei dir, Marion? Ich habe Angst zu fallen. Du hast Angst zu fallen? Ja. Ich habe mir des Öfteren, wenn ich hingefallen bin, diverse Knochen gebrochen oder einen Bänderriss zugezogen. Und das ist mittlerweile so extrem, dass ich echt Angst habe, im Bus hinzufallen oder bei Menschenmengen, dass mich jemand anrempelt. Wie oft hattest du schon solche Stürze mit üblen Folgen? Boah, sechs, sieben Mal jetzt. Sechs, sieben Mal schon? Der letzte war im August. Da bin ich mit einem Mofa, ich habe eine Probefahrt mit einem Mofa gemacht, bin hingefallen. Einfach so. Ich habe einfach die Kontrolle verloren und habe mir das Bein gebrochen, indem ich auch immer noch rumdoktor. Immer noch nicht richtig laufen kann. Und seitdem ist es also sehr extrem. Also es sind immer wirklich Unglücke und Zufälle? Ja. Es hat nichts damit zu tun, dass du besonders anfällige Knochen hast oder irgendeine Krankheit hast oder gar nichts? Ungeschicktes Fleisch. Ungeschicktes Fleisch? Ja. Sechs bis sieben Mal schon? Ja. Wie oft deshalb schon im Krankenhaus gelegen? Ja, Bänderriss wurde operiert, das Handgelenk wurde operiert. Ja, und jetzt das Bein. Und mit dem Bein muss ich nochmal, weil da ist eine Platte drin und Schrauben. Ja. Ich habe gerade so eine Gerichtung im Kopf, aber ich glaube, der ist überhaupt nicht angebracht. Es gab da früher, so im Mittelalter, das Krankheitsbild der Fallsucht. Aber natürlich ist das ganz anders. Habe ich hoffentlich nicht. Ja Mensch, was ist denn da los bei dir? Bist du so ein bisschen schusselig auch? Kann man das sagen? Weiß ich nicht. Also ich habe, ich nenne das mal Knickfüße. Ja. Also ich habe sehr weite Sehnen oder Bänder im Knöchel. Ich knicke dadurch relativ oft um. Ja. Und ich falle. Ist natürlich eine Erklärung, ne? Bitte? Das wäre natürlich schon eine physiologische Erklärung. Ja. Und du fällst falsch. Ich falle falsch. Ich stütze mich grundsätzlich ab und breche mir dabei irgendwas. Wie wäre es denn mit einem gezielten Training? Ja, aber ich weiß nicht, wo ich sowas kriegen kann. Da müsste man mal mit einem Sporttherapeuten vielleicht reden, der einmal sich konzentriert auf deine Fußstellung und der eben auch, man kann ja fallen, wirklich lernen. Das kann man ja in der Tat. Ja, das habe ich auch schon mal überlegt. Das wäre, glaube ich, auch im Moment wirklich angebracht worden. Also wenn man so gebeutelt ist wie du, würde ich das machen. Wir versuchen dir mal zu helfen. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob wir da dir weiterhelfen können, aber vielleicht haben wir irgendwelche Anlaufstellen, worüber du da irgendwie eine Information bekommen könntest, was du da genau machen solltest. Vielleicht ist ja auch einer der vielen Zuhörer, Zuseher, fände ich da ja auch aus. Also es ist schon schlimm, vor allem jetzt gerade Karneval. Du bist eine Karnevalistin und gehst raus? Ja, eigentlich schon. Und hast du jetzt Angst zu fallen? Nee, ich habe Angst, angesampelt zu werden und dadurch zu fallen. Hat das denn, du hast gerade gesagt, ich habe Angst zu fallen, überhaupt generell, hat das zur Folge, dass du wirklich weniger rausgehst und dich mehr zurückziehst? Im Moment dadurch bedingt, dass das Bein auch noch nicht richtig verheilt ist. Ich meine, das war letztes Jahr im August. Das ist also schon, so langsam wird es Zeit, dass ich wieder rauskomme. Aber wenn ich irgendwo hinkomme, wo es ungesichert runtergeht, das muss nicht weit sein, da reichen, weiß ich nicht, ein halber Meter, da kriege ich fast Panik. Bist aber an sich kein ängstlicher Mensch. Nö, eigentlich nicht. Ich habe auch keine Höhenangst oder so. Ja, die Ängstlichkeit entsteht jetzt aus den gemachten Erfahrungen. Ja, ich glaube, dass man das mit Training hinkriegt. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit. Und auch mit konfrontativ, dass du eben dich nicht immer mehr zurückziehst, sondern nicht genau auch dann solchen Situationen aussetzt, aber vorher gut trainiert, wie man damit umgeht. Naja, klar. Aber das ist alleine so der Gedanke, ich müsste mich da jetzt fallen lassen. Also das ist ein Horror. Ja. Wir werden dich mal versuchen, ein bisschen zu beraten im Hintergrund, was man da tun könnte, wenn sich irgendjemand bei uns meldet und eine Idee hat, bitte gerne mailen an domian.wda.de, stellen wir dann weiter an dich. Kurze Frage noch zum Karneval. Heißt das jetzt aufgrund dessen, dass das immer noch nicht richtig verheilt ist, dass du gar nicht rausgehst? Nein, um Gottes Willen. Ich war schon auf der Damensitzung. Achso, achso. Also kein Kind von Traurigkeit. Nein, ich bin am Freitag in der Köln-Arena, also da wird richtig gefeiert. Ah ja. Du bist ja aus Köln. Ne, ich wohne zwischen Köln und Düsseldorf. Ah ja, das ist ja nur die beste Gegend. Genau. So, Marianne, du legst bitte auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich an. Ja, alles klar. Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss. Und mach weiter so. Ja, dankeschön. Tschüss. Ja, ihr Lieben, das Stiefold ist ja gerade gefallen. Wir haben ja morgen, eigentlich ja schon heute, Weiberfastnacht. Eigentlich haben wir ja donnerstags immer ein festes Thema. Das mischen wir morgen mal ein bisschen auf. Wir halten die Sendung offen für alle Themen, würde aber gerne mit euch so schwerpunktmäßig vielleicht über Karneval reden und über krasse Karnevalserlebnisse, die ihr vielleicht gestern, also im Laufe des Tages, morgen im Laufe des Tages haben werdet oder aus der Vergangenheit. Da erlebt man ja schon so einiges Heftiges, vielleicht auch weniger Schönes. Das ist morgen so unser roter Faden durch die Sendung, krasse Karnevalsgeschichten. Morgen am Weiberfastnacht. Weiter geht es mit Helga. Und Helga ist 32, nee, 62 Jahre alt. Hallo Helga. Jetzt hätte ich dich sehr viel jünger gemacht. Ja, hallo. Grüße dich. Somian. Ja, hallo Helga. Ich freue mich endlich mal in deiner Sendung beisein zu können. Ja, ich freue mich, dass du da bist. Ja, aber meine Angelegenheit nun hat, weiß Gott, nichts mit Karneval zu tun, sondern jetzt mal mit echter Liebe. Mit echter Liebe? Ja. Da kann man im Karneval nicht drüber sprechen, über echte Liebe. Weiß ich so nicht. Eher nicht. Es hat natürlich mit Karneval nichts zu tun. Was heißt das, echte Liebe? Was hast du erlebt? Oder was erlebst du? Ja, pass auf, ich habe Folgendes erlebt. 97 ist mein Ehemann gestorben, nachdem ich 25 Jahre verheiratet war. Ja. Und zugleich sind sieben Leute auch aus der Familie gestorben. Das war für mich ein ganz, ganz schwerer Schlag. Sieben Leute aus der Verwandtschaft? Ja. Das ging immer in Abständen alles so von drei Tagen. Ach du liebe Gott. Ich konnte zum Schluss schon gar kein Telefon mehr hören. Ich hätte es also bei Gott immer an die Wand schmeißen können. Was waren das für Leute aus der Verwandtschaft? Sehr nahe Verwandte auch? Ja, ja, alles nahe Verwandte. Zum Beispiel? Zum Beispiel mein Onkel, das ist der Bruder von meiner Mutter gewesen, der ist gestorben und als meine Mutter die Nachricht bekommen hat, ist sie kurz danach auch gestorben, drei Tage später. Und drei Tage später ist der andere Bruder gestorben. Dann ist in demselben Jahr von meinem Schwager, von der Schwiegerin, der Bruder gestorben, die Mutter gestorben und es ging alles so hin und her. Also sieben Todesfälle in ganz kurzer Zeit? In einem ganzen Jahr, was ich zu verkraften hatte, war ganz, ganz schlimm. Kann man das verkraften? Ja, ich habe es ja verkraftet. Also ich bin natürlich damals völlig zusammengefallen und habe gedacht, das Leben ist also wirklich zu Ende für mich. Und ein Jahr später, also 1998, habe ich durch Zufall jemand gesehen. Also bin ich erstmal durch eine Fußgängerzone gegangen. Auf der anderen Seite ging ein Mann, der immer in meine Richtung geguckt hat. Und ich auch in seine und da habe ich gedacht, du bist überhaupt nicht gemeint, das kann gar nicht sein, bis 62 Jahre, was soll denn das Ganze? War das ein Mann in deinem Alter ungefähr? Ja, genau. Und wir haben uns immer beide Blickkontakt gehalten und dann sind wir irgendwo doch auseinandergekommen. Und vier Wochen später musste ich zu einem Hautarzt, musste eine Probe entnehmen lassen. Und ich komme da hin zu dem Hautarzt und werde dort behandelt und komme runter und da kommt die Treppe rauf, genau dieser Mann, den ich da beobachtet hatte. Und in die Zwischenzeit hattet ihr überhaupt nichts? Überhaupt keinen Kontakt und gar nichts. Und er kommt die Treppe rauf und ich gehe runter und er sagte also, junge Frau, tun Sie mir bitte eingefallen und warten Sie bitte, bis ich fertig bin. Ich würde gerne mit Ihnen eine Tasse Kaffee trinken gehen. Und es war so süß, den konnte ich eigentlich gar nicht widerstehen. Warst du im ersten Moment freudig überrascht oder erstmal irritiert und skeptisch? Also, ich muss sagen, erstmal irritiert und skeptisch, aber es flog auch irgendwo um in Freude, dass ich gespürt habe, dass ich in meinem Alter noch gefragt bin. Klar, klar. Fand ich unheimlich schön und nach allem, was ich so erlebt habe, ich konnte es gar nicht glauben und nicht fassen. Das heißt, du hast auf ihn gewartet? Ja. Und ihr habt eine Tasse Kaffee getrunken? Richtig. Aha. Das war 1998. Bitte? Das war 1998. Richtig. Ja. Ja. Ja, jetzt bin ich ganz gespannt, was aus der Geschichte geworden ist. Jetzt haben wir das ja... Wir sind bis heute noch zusammen. Ihr seid zusammen. Wir lieben uns unendlich. Wie gesagt, aber ich bin verwitzelt und er, leider Gottes, ist verheiratet. Ach so. Ah ja. Das ist der Haken an der ganzen Angelegenheit. Das heißt, ihr lebt nicht zusammen in einer Wohnung? Das geht nicht? Ihr seht euch aber oft? Ja. Weiß denn seine Frau von dir? Glaube ich beinahe nicht. Wie oft trefft ihr euch oder seht ihr euch dann? Dreimal die Woche. Dreimal die Woche. Auf jeden Fall. Manchmal auch viermal. Und du würdest sagen, von deiner Seite aus, du bist groß verliebt. Das ist eine große, echte, tiefe Liebe. Von beiden Seiten. Von beiden Seiten. Ganz sicher. Das war dann ja wirklich wie ein Engel für dich. Oder eine Fügung. So habe ich es auch gesehen. Genau so. Und das ist auch der Grund, warum ich damit so gut umgehen kann. Wenn man so tief unten ist und alle Hoffnungen vielleicht schon aufgegeben hat, dass das Leben nochmal schön wird. Ja. Und dann begegnet einem auf der Straße jemand zufällig. Und dann nochmal. Ja. Das ist ja irre. Das ist ja wirklich irre. Das ist so irre. Ja, wirklich. Und es hat mir so viel gegeben, nachher auch meine Trauer zu verarbeiten. Ich habe immer gedacht, das ist mein verstorbener Mann, der mir die Fügung gemacht hat irgendwo. Konntest du dich denn am Anfang relativ schnell und rasch auf diesen Mann einlassen? Oder hattest du dann doch noch ein schlechtes Gewissen und die Trauer über deinen verstorbenen Ehemann stark in dir? Ja, die war erst noch ganz doll in mir. Und das hat auch mein neuer, sag ich jetzt einfach mal, mein neuer Geliebter. Geliebter, ja. Der hat es gespürt. Ja. Und der war so liebevoll. Und der hat mir so die Ängste genommen. Das war so süß. Ist das denn für dich jetzt so ein Wermutstropfen in der ganzen Geschichte, dass du ihn nicht so richtig und ganz haben kannst, sondern dass da noch eine Frau ist? Da ist ein Wermutstropfen drin. Aber ich weiß 200%ig, dass die große Liebe ich für ihn bin. Warum trennt er sich dann? Nur weil er in der Öffentlichkeit steht. Ach so. Und sie noch zwölf Geschwister hat, dass das so ein Problem ist. Also ist ein gesellschaftlicher Zwang ist da, dass er mit ihr zusammenbleibt. Die Liebe findet zwischen euch beiden statt und nicht zwischen ihm und ihr. Und er sagt auch, wenn er es durchzieht, da hat er die zwölf Geschwister auf dem Hals, zusätzlich noch einen Sohn, der dann schlagartig Depressionen bekommt und ihn so unter Druck setzt damit, dass er halt sich nicht trennen kann. Und ich muss sagen, ich für meinen Teil, ich liebe ihn so sehr und ich spüre es auch, dass seine Liebe genau dasselbe ist. Wir lieben uns so tief und inniglich, dass ich damit gelernt habe, umzugehen. Du hast dich damit arrangiert. Ja. Und leidest da auch nicht so groß drunter, sondern bist eher dankbar und froh, dass du diese Liebe hast. Das bin ich in jedem Fall. Es kommen aber auch Zeiten, wo ich ganz traurig bin und mir wünschen würde, dass es noch enger würde und wir endlich das erleben dürfen, was wir uns beide wünschen. Aber dazwischen steht halt immer dieses eine noch. Könnt ihr euch denn dann so in dem Ort, wo du wohnst, so in der Stadt, könnt ihr auch mal rausgehen, mal essen gehen oder sowas? Ja, das machen wir. Also da ist nicht die Angst, dass ihr gesehen werdet? Nein, nein, absolut nicht. Und meine Angst ist sowieso nicht vorhanden, weil ich sage, ich bin verwitzelt. Ja, für dich ist es völlig egal, natürlich. Und ich liebe ihn und ich würde in jedem Fall so oder so zu ihm stehen. Und von mir aus, also wenn sie uns mal sehen würde oder treffen würde, dann würde für meine Begriffe wenigstens endlich mal raus sein und dann würde halt eine Entscheidung fallen. Achso, also das wäre dir so, irgendwo wäre es dir schon recht, wenn es mal endlich, ja klar, verstehe ich auch, ging mir ganz genauso. Ich liebe ihn ja so sehr, ich hätte niemals gedacht, dass ich in meinem Alter nochmal jemand so lieb haben kann. Und ich glaube, dass dieser Mann mich noch viel, viel, viel mehr liebt als mein verstorbener Mann. Also das Gefühl gibt er mir immer wieder und ich spüre es immer wieder. Und wenn er mich verlässt, kannst du dir sicher sein, dass ich überall irgendwo Knutschwecke habe, dass sein Grenzgebiet abgesteckt ist. Also Helga, ich gratuliere dir wirklich zu diesem Glück. Kann man das Glück bezeichnen? Ja, finde ich schon. Ja, na hör mal. Na hör mal, nach dem, was du gerade geschildert hast, so etwas zu erleben, wenn auch das nicht das perfekte Glück im Moment ist. Aber es ist ein großes Glück. Ich empfinde es auch so. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass der Mann an deiner Seite bleibt, dein Leben lang. Und ich wünsche für dich, dass sich vielleicht doch irgendetwas fügt, dass ihr all eure Träume, die ihr eigentlich habt, wirklich auch verwirklichen könnt. Rundherum. Ja, das wäre so toll. Das wäre so, so toll. Du glaubst es gar nicht. Wobei ich ja aus meiner Ehe noch zwei Söhne habe, die das ein bisschen eifersüchtig beobachten. Und die halt sagen, Mama, das hast du gar nicht nötig. Doch. Ein Mann, der sich nicht in der Öffentlichkeit zu dir zeigt. Natürlich, das ist natürlich die. Versuchen sie dagegen zu arbeiten. Aber ich muss dazu sagen, die helfen mir nicht, meine Nächte alleine zu verbringen. Ich stehe einfach zu meinem Geliebten und ich fühle es, dass er für mich voll da ist. Und das stärkt mich immer wieder. Alles, alles Liebe, alles Gute, Helga, wünsche ich dir. Und ich muss dir sagen, deine Sendung ist so, so super. Dankeschön. Und ich verfolge sie schon seit langem. Und heute bin ich das erste Mal durchgekommen und ich bin so glücklich und so froh. Darf ich dich mal? Ich höre auch oft Negatives. Aber diesmal freue ich mich auf der ganzen Linie. Deswegen freue ich mich auch, dass du durchgekommen bist und auch so eine positive Geschichte erzählen kannst. Bei all den vielen traurigen Sachen, die wir hier auch leider hören. Ich weiß und ich kann da mit den traurigen Sachen immer mitfühlen. Weil ja in dem Jahr, wo ich so viele verloren habe, auch meine Mutti gestorben ist, von meinem verstorbenen Mann, ein Bruder gestorben ist, die Schwiegermutter gestorben ist. Das ging immer so hin und her. Und mein eigener Mann zu mir noch gesagt hat, ich kann jetzt bald kein Telefon mehr hören, wenn es immer wieder nur Sterbefälle sind. Das war ein Klatsches gegen die Wand und der Nächste war er. Also das war ganz schlimm. Liebe Helga, guck mal nach vorne und genieße die Gegenwart und alles Liebe und alles Gute. Für dich auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Jetzt ist die Melanie hier und Melanie ist 23. Hallo Melanie. Hallo Domian. Ja. Und was geht es bei dir? Ja, ich bin etwas aufgeregt. Macht nichts. Also es geht um einen Freund. Ja. Mit dem bin ich seit sechs Jahren zusammen. Ja. Und letztes Jahr im Januar wurde bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert. Oh, wie alt ist er? 41. 41. Mittlerweile. Letztes Jahr im Sommer sagst du? Nein, im Januar. Im Januar. Also ein Jahr lebt er mit der Diagnose jetzt schon, mit dem Wissen. Ja. Und es wurde dann ganz normal Chemotherapie gemacht und auch Bestrahlung und es sah eigentlich alles so hervorragend aus und dann nachdem alles abgeschlossen war, hat man vorsorglich den Kopf untersucht, weil es eine Tumorart ist, die unoperabel ist und die sehr aggressiv ist. Und es wurden dort auch Metastasen festgestellt. Im Kopf? Ja. Und an der Leber auch und es fing natürlich alles wieder von vorne an. Ja. Dann wurde der Kopf bestrahlt und die Ärzte sagten uns nur, wir haben unheimliches Glück. Es sind zwar sehr viele Metastasen, aber dass man froh sein muss von wegen körperlicher Leiden, die er haben könnte, die hat er nicht so sehr gehabt. So und bei der Bestrahlung habe ich dann endlich, da ich ja nicht mit ihm verheiratet bin, einen Arzt gefunden, der auch mit mir gesprochen hat. Und ich habe ihn wirklich dann mal ganz hart gefragt, wie das eigentlich aussieht, wie seine Lebensqualität dann weiter zu... Die Prognose auch. Genau. Ja. Und der Arzt sagte mir ganz klipp und klar, das war dann am 9.12. letztes Jahr, er macht mir keine Hoffnungen mehr. Es wird egal, wenn eines sich wieder regeneriert hat, dann kommt das nächste. Was heißt, er macht dir keine Hoffnungen mehr? Er wird sterben, hat er mir gesagt. Hat er dir an eine Zeit gesagt? Dass es das letzte Weihnachten ist, hat er mir gesagt. Eine genaue Monatszahl oder so, hat er mir nicht gesagt. Hast du deinem Freund das erzählt? Nein. Denn er ist ein Mensch, der sehr in seinem Leben hängt und auch sehr lebensbegeisternd irgendwo. Und dein Freund hat den Arzt nicht so genau befragt. Wie steht es um mich? Sagen Sie mir die Wahrheit. Das hat er so nicht gesagt. Nein, nein. Nein, und die Ärzte haben ihm auch nie irgendwie gesagt, dass es so irgendwie sein könnte. Das heißt, du lebst jetzt mit diesem Wissen, dass dein Freund so schwer erkrankt ist, dass er in absehbarer Zeit sterben wird. Ja. Wer weiß das noch? Eigentlich niemand mehr. Das heißt, du trägst dieses Wissen auf deinen Schultern. Ja. Wie geht es dir dabei und damit? Ich kann das eigentlich gar nicht richtig in Worte fassen. Ich weiß, dass mein Leben trotzdem noch weitergehen muss. Aber irgendwo habe ich mein Leben nach seinem gestaltet. Ich bin so lange mit ihm zusammen und er ist auch ein bisschen älter wie ich. Und ich möchte ihn jetzt verlieren. Er ist die Liebe meines Lebens. Und irgendwo wird das jetzt alles nicht mehr geachtet. Wie, das wird nicht geachtet? Er ist jetzt über die... Nachdem das dann mit dem Kopf noch rausgekommen ist, ist er mir gegenüber sehr jähzornig und bösartig. Ach so. Zum Teil... Er war früher nie so zu mir. Und ich kann es mir auch bis heute nicht erklären, warum das auf einmal so ist. Wird er im Moment auch bestrahlt? Oder sind die Bestrahlungen abgeschlossen? Die Bestrahlungen sind am Kopf abgeschlossen. Und jetzt hat er eben wegen der Leber bekommt er jetzt auch noch mal Chemotherapie. Das heißt, er ist in diesem ständigen, in dieser ganzen Mühle drin. In dieser Medizinmühle. Und eure Beziehung hat sich seit jetzt, seit einem halben Jahr, vielleicht kann man sagen, ungefähr, verschlechtert. Sehr verschlechtert. Ja. Was komplett absurd ist, du weißt, dass er ein Todesurteil hat. Und er weiß es nicht. Du hängst an ihm. Du möchtest die Zeit, die ihr noch habt, schön gestalten. Und er ist unfreundlich zu dir. Unfreundlich? Das ist noch nett formuliert. Es sind zum Teil Ausdrücke. Ich weiß nicht, warum er das macht. Ist das Gehirn durch diese Bestrahlung in irgendeiner Weise in Mitleidenschaft gezogen worden? Kann das sein? Ähm, wie gesagt, wir haben sehr viel Glück gehabt. Also er hatte mit den Beinen gelegentlich beim Laufen Probleme. Nein, ich meine, dass das vielleicht eine Folge ist von der Bestrahlung. Nein. Oder ist es auch eine Folge, dass er mürbe ist, dass er auch mit der Krankheit einfach nicht mehr zurechtkommt. Und daher die Stimmung, starken Stimmungsschwankungen hat. Was durch die Erkrankung kommt, ist, dass er sehr viel vergisst. Aber das ist mehr so aus dem neueren Gedächtnis. Also das Langzeitgedächtnis ist einwandfrei bei ihm. Wie gehst du denn mit diesen Situationen um? Ich stelle mir das enorm schwer vor. Du weißt, was mit ihm los ist. Er ist, gelinde gesagt, unfreundlich zu dir. Bist du dann, denkst du, naja, okay, komm, lass es an dir, ich lasse es an mir abprallen. Anfangsjahr. Anfangsjahr. Und was machst du jetzt? Und irgendwann, wo es dann jetzt anfing, und das ist jetzt die letzten zwei Wochen so gewesen, dass es mehr wie nur unter die Gürtellinie ging, wie er mich beleidigt hat. Wie soll ich sagen, da habe ich mich dann gewehrt. Dann habe ich ihm wirklich auch mal meine Meinung gesagt und habe zu ihm gesagt, also wenn du wirklich, ich sage es mal knallhart, in deiner eigenen Kotze liegst, du weißt genau, ich bin immer da, ich stehe vor dir. Ja, ich will nicht, dass irgendjemand dir was Böses tun kann. Ich stehe immer für dich ein. Beeindruckt ihn das dann oder schaukelt sich das dann nur noch weiter hoch? Er sagt es einfach, um mir wehzutun, denke ich mal, jede andere würde das auch tun. Achso. Liegt es dir dann manchmal irgendwie auf der Zunge, ihm die Wahrheit über seinen Zustand zu sagen? Momentan ist es ja so, also heute hat er seine Sachen gepackt und hat gesagt, wir wohnen ja zusammen, er verlässt mich und er will mit mir nichts mehr zu tun haben, er empfindet für mich nur Hass und noch nicht mal das mal richtig. Und er lässt mich hier mit dieser Wohnung und wo er weiß, dass ich finanziell auch nicht so gut gerüstet bin, er lässt mich einfach allein. Ist er gegangen? Ja. Er ist weg jetzt, wo ist er hin? Ich weiß es nicht. Ach, du sitzt jetzt alleine in der Wohnung, in eurer Wohnung. Und, ähm... Du wirkst noch so, so, ja, so gefasst irgendwie. Muss ich. Das wurde ein ganzes Jahr von mir verlangt, Omean. Ich hab... Aber eigentlich jetzt unter uns beiden müsste dir doch eigentlich jetzt richtig alles hochkommen, ne? Da sind doch Gefühlswallungen, ungeheuren Ausmaßes wahrscheinlich in dir unterdrückt worden bisher. Von schlimmer Trauer bis auch zur Aggression und alles. Ja. Wer stützt dich denn ein bisschen? Es kann mir niemand helfen. Du hast keinen... Ich bin ganz allein irgendwo mit dieser Situation. Es kann niemand nachvollziehen, wie es ist mit so einem kranken Menschen. Ja. Aber du hast auch keine beste Freundin oder sowas? Nein. Du stehst ganz alleine da. Und musst die Kraft aus dir auspumpen... Und mittlerweile aus meiner Familie zum Beispiel, ähm, werde ich nur gefragt, warum erträgst du das? Warum? Warum erträgst du das? Ja, warum ich mir das alles so von ihm gefallen lasse? Ja, das frage ich dich auch gerade. Warum? Weil ich ihn liebe. Nach wie vor, obwohl er dir so wehgetan hat. Vergibst du ihm, weil du denkst, er ist so schwer krank? Ja. Mhm. Eigentlich hört sich das dumm und krank von mir an. Ne, finde ich nicht. Ich hab davor Respekt. Ich hab davor Respekt. Man soll gar nicht urteilen. Und wer weiß, was so eine schwere Krankheit in jedem von uns auslösen würde. Vielleicht würden wir auch ganz seltsam draufkommen und hätten auch nicht mehr uns im Griff. Und ich finde das großartig von dir, dass du es schaffst und dass du das vergibst. Aber dennoch musst du auch an dich denken. Und du kannst auch nicht endlos deine Energie geben, geben, geben. Irgendwann fällst du zusammen. Es fiel mir unheimlich schwer, wenn ich das so miterlebt habe, in seiner Familie, wie er die alle liebevoll behandelt, wie da Umarmungen sind, wie... Ja, einfach... Ich hab schon seit Monaten nicht einmal eine flüchtige Umarmung mehr von ihm bekommen. Melanie, ich fände gut, wenn du gerade jetzt für diese schlimme Zeit dir... Du hältst es für möglich, dass er wieder zurückkommt. Das war nur so ein... Nein. Nein. Das ist auch der Grund, warum ich dich angerufen habe, weil es ist für mich irgendwo sehr wichtig. Und da brauche ich jemanden, der mir jetzt mal irgendwo einen Rat gibt. Wenn er hier auszieht, das meiste hier in der Wohnung, das gehört nun mal ihm. Ich weiß nicht, ich kann nicht damit leben, wenn ich das weiterhin darauf belasse, dass ich ihm nichts sage. Denn ein Umzug wäre für ihn wahrscheinlich jetzt absolut sein Todesurteil. Vor 14 Tagen war ich mit ihm beim Zahnarzt. Eigentlich eine ganz normale Untersuchung. Und noch nicht mal der Zahnarzt möchte ihn mehr richtig behandeln, weil es einfach nur zu viel für ihn wäre. Das heißt, du überlegst, nicht aus Bosheit oder Rache, sondern einfach, um ihn auch noch zu schützen, dass er jetzt nicht irgendwelche wahnsinnigen Sachen macht in seiner schweren Erkrankung, ihm das zu sagen. Ja. Das ist natürlich eine Überlegung, die durchaus Sinn macht. Was glaubst du, wie er damit umgeht? Was das mit ihm aus, was das mit ihm macht, wenn er das plötzlich hört? Ich weiß es nicht. Ich wundere mich ja, dass er gar nicht fragt. Es könnte durchaus auch sein, was ich mir vorstellen kann, dass er es mir nicht glaubt. Denn ich bin ja sowieso eine Lügnerin. Muss ich irgendwo drüber schmunzeln. Ich finde, die Situation ist wirklich so anstrengend für dich und auch so komplex im Moment und kompliziert, dass du zumindest für die nächsten Monate solltest du dir einen Ansprechpartner organisieren, mit dem du auch solche Details besprechen kannst, wie wir es gerade angesprochen haben. Wenn du möchtest, sind wir dir etwas behilflich dabei. Nein, inwiefern, dass ich einen Psychologe aufzeige? Zum Beispiel, mhm. Ich glaube, ich war damit schon mal bei einem Psychologe. Mhm. Und da hat er mir auch nur gesagt, was soll ich Ihnen jetzt helfen? Ja, dann warst du beim Falschen. Also ich sage dir, ich möchte auf jeden Fall, dass du jetzt gleich mal mit meiner Psychologin sprichst, mit der Anja. Ja. Ich finde, ich sage dir von meiner Warte aus, dass ich diese Überlegung, die du gerade geäußert hast, dass ich die nachvollziehbar finde, es ihm unter diesen gegebenen Umständen zu sagen. Ich spreche aber eingehender jetzt nochmal mit der Anja darüber. Da legst du bitte auf und wir rufen zurück, okay? Gut, danke. Alles Gute und ganz viel Kraft wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Wenn ihr mich auch gerne erreichen wollt, dann wählt diese Nummer oder mailt unter domian.wdr.de. Hier ist Anja und Anja ist 33 Jahre alt. Hallo Anja. Hallo Domian. Hallo Anja. Um was geht es bei dir? Knopfekel. Knopfekel. Ja, das hattet ihr schon mal in der Sendung. Ja. Das habe ich von einer Freundin gehört. Das stimmt, das ist eine Weile her schon. Genau. Und der Mann, der hat sich nicht getraut, seine Frau zu sagen. Und ich gehe damit aber ganz offensiv um und eigentlich wissen das alle, die mich kennen. Ich finde das nach wie vor äußerst bizarr und skurril. Es gibt also Menschen, zum Beispiel Anja, die sich vor Knöpfen ekelt. Ich kenne auch noch einen guten Freund von mir, der hat das auch. Sag mal, siehst du mich im Fernsehen im Moment? Ja. Ja. Das sind hier so Knöpfe aus Metall, die ich in der Jeansjacke habe. Ist das auch eklig? Die Jeansackenknöpfe sind voll okay. Die sind okay? Ja. Aber hier, die ganz kleinen Knöpfe auf meinem Hemd, ich weiß nicht, ob du die sehen kannst. Kannst du, glaube ich, nicht so sehen. Die sind ekelhaft. Die sind ekelhaft. Ich kann sie nicht sehen, aber ich kann die auch anfassen. Oder, na gut, jeder zweite Mann hat die ja an. Das geht auch. Aber ich muss mich echt zusammenreißen und Bettwäschchenknöpfe gehen fast gar nicht. Ist es ekelhaft, sie schon zu sehen? Oder ist es erst richtig ekelhaft, wenn du sie anfassen musst? Also ich kann mich so weit zusammenreißen, wenn ich sie sehe, geht's. Wenn ich Bettwäsche wechseln muss, was ja oft passiert, da muss ich mich echt konzentrieren. Und das Schlimmste sind aber, also ich habe auch mal eine Hose gekauft mit so einem Plastikknopf oder so einem Perlmuttknopf. Wenn die halb runterhängen, ist das total eklig. Es bezieht sich also ausschließlich auf so Plastikknöpfe, Perlmuttknöpfe. Metall ist okay? Metall ist okay. Auch wenn die eine klassische Knopfform haben und aus Metall sind, geht es? Ich kenne jetzt außer Jeansknöpfen nichts anderes, was eine klassische Knopfform hätte in Metall. Was ist das Ekelhafte? Warum ekelst du dich? Kannst du das erklären? Nee, ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, die sind schmierig und stinken. Aber sie stinken nicht. Du hast sicher auch schon mal daran gerochen, oder? Ja, dann auch. Aber es ist halt, ja, es fällt mir schwer, die anzufassen. Immer schon gewesen so? Als Kind? Seit früherer Kindheit, ja. Seit früherer Kindheit. Also es gibt kein schlimmes Knopferlebnis, von dem man sagen kann, seitdem mag ich keine Knöpfe mehr. Das nicht? Ich weiß es ja nicht. Also vielleicht müsste ich mal jemanden aufsuchen, der mir das erklärt. Oder Hypnose, keine Ahnung. Habe ich auch schon mal überlegt. Ja. Bist du Hausfrau? Also alleinstehend ohne Kinder. Alleinstehend ohne Kinder. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt Kinder hättest und einen großen Haushalt führen müsstest, wäre das wahrscheinlich sehr kompliziert. Immer muss irgendwo mal ein Knopf angenäht werden. Ja, eben. Das könnte ich nicht. Das könntest du gar nicht. Nee. Also ich muss auch, wenn so ein Knopf halb abhängt von einer Hose, der aus Plastik ist, habe ich die schon weggeschmissen, egal wie teuer. Ja. Oder ich muss halt Leute fragen, die mich kennen und die erst bitten, ob die den wieder richtig annähen können. Dann geht das. Also du könntest nie im Liebesrausch einem Mann die Hose aufknöpfen. Das ging niemals. Doch, das habe ich auch schon gemacht. Das hast du schon gemacht. Aha, da hört es dann also auf mit dem Ekel. Genau. Darum wollte ich ja auch, also weil dieser Mann, der wohl vor ein paar Wochen angerufen hat, der hatte da auch Komplikationen mit seiner Frau, wenn die was mit Knöpfen anhatte. Darum wollte ich ihm sagen, er soll damit offensiv umgehen. So wie du. Du sagst es allen Leuten und sagst es auch potenziellen Liebhabern. Also ich habe eine Knopfphobie, aber so, wenn es sein muss, knöpfe ich die Hose schon auf. Ja, aber dann, also als ich es gesagt habe, haben sie es auch selber gemacht. Wie reagieren die Leute darauf? Die meisten werden doch wahrscheinlich sagen, wie bitte, was ist das, was ist das für ein Quatsch, oder? Ja, viele lachen sich kaputt. Ja. Und dann lache ich auch mit. Aber ich habe so auch schon, ja, einen Freund getroffen, der dann gesagt hat, ich habe das auch. Und er weiß auch nicht, warum. Und ja, eine Freundin, die auch sogar zwei Geschwister kennt, die das haben. Und dann habe ich auch mal im Fernsehen. Auch davon gehört. Das war eine Höchstspirale, oder wo man so ekelige Sachen machen muss, die man nicht machen möchte. Da war auch mal eine Frau, die musste aus einer riesen Knopfkiste Knöpfe raussuchen und die annähen. Und hat dafür Geld gekriegt. Das ist vergleichbar mit einer Spinnenphobie, ne? Das heißt also, wenn jemand eine Spinnenphobie hat und derjenige die Hand zum Beispiel in so ein Terrarium legen soll, wird der Mensch wahnsinnig, wenn man dich zum Beispiel in ein Knopfgeschäft schicken würde. Das ist ganz schlimm. Oder gar wirklich, deine Hände, dass du in so einem Bassin voller Knöpfe deine Hände reinstülpen solltest, das wäre für dich wahrscheinlich die Hölle, oder? Das wäre die Hölle. Also für viel Geld würde ich das wahrscheinlich tun. Aber so freiwillig, ohne schmerzähnliche Zustände nicht. Die Farbe der Knöpfe ist auch völlig wurscht. Das ist völlig wurscht. Völlig wurscht, ja. Das heißt, ich gehe mir davon aus, dass dein gesamter Haushalt... Nein, nein, alles nicht. Du hast gerade von der Bettwäsche gesprochen. Du hast auch Bettwäsche, die geknöpft ist. Die ist auch geknöpft, aber... Könntest du dir solche besorgen, die mit Reißverschluss gibt es ja heute alles. Ja, die ist teurer als die mit Knöpfen. Stimmt, stimmt. Aber ich habe schon Geld darin investiert auch. Also damit der Haushalt knopfärmer wird. Genau. Hast du den Eindruck, dass dich das sehr in deinem Leben behindert? Oder ist es einfach so ein, womit man so leben kann? Also ich kann damit leben, aber schwierig wird es, wenn man jetzt so einen Hosenanzug kaufen müsste für Bewerbungsgespräche oder so. Aber habt ihr Mädels... Die Hosenanzüge, ist das sowieso nicht immer mit Reißverschluss? Ja, aber die zeitloseren Sachen sind schon mit Knöpfen. Ach, die sind mit Knöpfen. Also der Grundteil des Anrufes war, ihr Lieben, wenn ihr eine Aversion gegen Knöpfe habt, dann geht offensiv damit um. Sagt es den Menschen, dass ihr keine Knöpfe mögt. Genau, speziell dem Menschen, der vor ein paar Wochen angerufen hat. Der ist ja verheiratet auch mit der Frau. Und einfach sagen, dann lächelt man drüber und kichert vielleicht. Geh doch mal ins Internet. Hast du das schon mal gemacht? Und hast mal gesucht, ob es andere Leute gibt? Vielleicht ein Fonds? Es gibt zu allem mittlerweile Foren. Vielleicht findest du da Gleichgesinnte und ihr könnt euch mal austauschen. Habe ich schon gemacht. Ah, und? Keinen gefunden unter, also auch Namen, so komische Ängste oder... Ja, ich bin sicher, dass wir gleich oder im Laufe des Abends, der Nacht oder morgen per Mail einen Tipp kriegen von einem aufmerksamen Zuschauer oder Zuhörer. Und dann reichen wir es an dich weiter. Einverstanden? Das fände ich toll. Ja, also wir sind offensiv, mögen wir keine Knöpfe, Anja. Also wir ist gut, du. Danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Alles Liebe, tschüss. Angelika ist hier und Angelika ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Domian. Hallo Angelika. Weswegen grüßt du an? Ja, wegen sexueller Missbrauch in der Familie. Das heißt, in eurer Familie ist so etwas passiert? Ja, mein Vater. Dein Vater. Und du bist die Betroffene? Ich bin die Betroffene, ja, meine Schwester, meine Tochter und meine Nichte. Deine Tochter auch? Meine Tochter auch. Und zwar vor sechs Jahren ungefähr. Mein Mann ist 1998 verstorben. Und wir haben eine Nacht bei meiner Mama übernachtet. Und morgens sagte meine Tochter zu mir, Mama, da hat mich heute Nacht jemand am Popo gepackt. Wie alt war das Kind da? Sechs. Und das war vor sechs Jahren? Das war vor sechs Jahren. Und da wusste ich genau, wer das war, ne? Weil du etwas Ähnliches selbst erlebt hast? Ja, genau. Was hat dein Vater? Weil ich wusste, wie er war. Was hat dein Vater mit dir gemacht? Ja, überallhin gefasst. Und das ist ja eigentlich auch schon sexueller Missbrauch, wenn er mich überall hinfasst. Auch zwischen den Beinen. Hat er dich zu sexuellen Handlungen auch gezwungen? Nein, nein. Das hat er aber bei meiner Schwester gemacht. Und ich hatte vorgestern noch ein Gespräch mit meiner Schwester und die sagte wohl, bei ihr wäre mehr passiert. Ich wusste einen Teil davon, zwar nicht alles. Und jetzt seit vorgestern weiß ich eigentlich mehr, was da passiert ist. Lass uns einmal über dich sprechen. Ja. Wie lange hat dein Vater das bei dir und mit dir gemacht? Ja, das ging über ein paar Jahre. Über ein paar Jahre, ja. Bis ich 13, 14 wurde eigentlich. Und dann hat er von sich aus abgelassen von dir? Ja. Hast du damals deiner Mama nichts davon erzählt? Ja, doch. Ich hatte meine Mama davon erzählt und meine Oma war auch dabei und meine Mama, die hat Kopf nach unten, hat gar nicht richtig reagiert. Und meine Oma sagte, ach, das hast du doch nur geträumt. Und ich war wohl erst am Schlafen gewesen auf dem Sofa und ja, und ich weiß, dass ich das erlebt habe. Ich bin davon wach geworden. Hat er das oft gemacht? Ja, doch. Meine Mama, die sagte immer, schließt eure Schlafzimmertür ab. Weil sie wusste schon. Also es lief immer darauf hinaus, dass er dich angefasst hat. Du musstest ihn aber nicht, einen entsprechenden... Nein, ich nicht. Aber meine Schwester hat mir das erzählt, dass sie es musste. Wie kommt es, wenn du so etwas erlebt hast, dass du dann mit deiner Tochter dahin gegangen bist? Du sagst, der Todesfall lag vor. Todesfall, ja. Und das war eine Feier in der Familie. Und deswegen haben wir alle bei meiner Mama übernachtet. Und ich habe bei meiner Mama im Bett geschlafen und meine beiden Töchter im Wohnzimmer. Und mein Vater, der hat in der Küche gelegen. Ich war auch die ganze Nacht wohl unruhig, habe immer mal in die Tür geguckt. Aber irgendwann, dann schläft man ja mal ein und dann muss er nachts wohl bei ihr gewesen sein. Und deine Schwester hat dir jetzt erst erzählt, dass da mehr vorgefallen ist? Ja, das weiß ich schon länger von meiner Schwester. Aber jetzt hat sie mir vorgestern auch Sachen erzählt, was ich noch nicht wusste. Heißt das, dass dein Vater mit deiner Schwester geschlafen hat? Ja, ja. Lebt der Vater noch? Ja, der lebt noch. Wie ist denn dein Kontakt zu dem Elternhaus heute und zu dem Vater? Ja, wir wohnen 80 Schritte auseinander. Ja, meine Mama ist öfters hier, passt auf die Kinder auf. Und ja, so wie heute Abend, mein Vater war wieder hier, weil meine Mama auf die Kleinen aufgepasst hat. Ja, dann liegt er hier wohl auf dem Sofa und dann kommt das Hass und Ekelgefühl hoch. Das kann mir kein Mensch glauben. Das heißt, es kommt doch dann immer wieder zu Begegnungen oder kamen zu Begegnungen. Immer wieder. Ja, auch zwischen deinem Kind und dem Vater. Ja, meine Kinder gehen Gott sei Dank nicht so oft rüber. Und mein Papa geht auch noch zwischendurch ein bisschen arbeiten, dann ist er nicht zu Hause. Aber es gibt Familienfeierlichkeiten, Weihnachten, wo man dann zusammen ist. Ja, auf jeden Fall. Und dann, er merkt auch, glaube ich, meine Abneigung wohl. Wie kriegst du das überhaupt auf die Reihe, dass du diesen Kontakt hast zu ihm nach wie vor? Ja. Und auch zu deiner Mutter, die ja wissentlich die Augen verschlossen hat offensichtlich. Ja, ich weiß es nicht. Man verdrängt das jedes Mal, aber... Eigentlich müsstest du ja einen großen oder auch deine Schwester einen großen Zorn haben auf beide Eltern, auf ihn. Auf beide, auch auf meine Mama, weil sie sich damals nicht getrennt hat von ihm. Und dann denkt man wieder, liebt meine Mama mich wohl, steht sie jetzt mehr zu meinem Papa oder mehr zu uns. So, da sind viele, viele schlimme Dinge vorgefahren. Ja, viele schlimme Dinge. Hast du mit deiner Schwester darüber gesprochen, ob so etwas wie eine Anzeige in Betracht käme? Ja, doch, da hatten wir schon drüber geredet, weil 1998 ist mein Mann verstorben. Ja. Und da hat er mich auch wieder angefasst. Mein Mann war gerade einen Tag unter der Erde und ich nahm damals ja noch Beruhigungstabletten, damit man besser schlafen kann. Aber Angeka, dann kann ich jetzt, muss ich nochmal sagen, wenn das damals so auch schon wieder nochmal passiert ist, wo du eine erwachsene Frau warst. Ja. Wieso hast du denn nicht spätestens da den Kontakt radikal abgebrochen zu denen? Hätte ich machen müssen. Ja. Aber ich mache das alles nur, weil ich meine Mama so liebe. Aber die Mama trägt ja Mitschuld an der ganzen... Ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch wohl böse. Aber ich liebe sie sehr und sie tut alles für mich. Und sie hat auch in der Zeit, wie ich alleine war, viel für mich getan. Wie ist denn das Verhältnis zwischen deinen Eltern? Hat er da auch eine Machtstellung über deine Mutter? Ja, doch. Kann man sagen. Also die Mutter hat Angst vor ihm? Ja, doch. Ja. Aber das heißt... Ich glaube auch, dass meine Mama Angst hat vor dem Alleinesein und ihre Familie bedeutet ja alles. Aber wenn ihr jetzt eine Anzeige erstattet... Ja. ...dann kommt natürlich alles, wird gerät durcheinander. Dann gerät alles durcheinander. Dann wird auch deine Mutter sich Fragen gefallen lassen müssen. Ja, das denke ich auch. Wärst du denn trotz deiner Zuneigung zu deiner Mutter? Ist dir das klar, was dann alles passieren würde? Und würdest du das in Kauf nehmen wollen? Ja, doch. Würde ich. Ich habe meinen Mann, ich habe meine Kinder, ich habe meine Geschwister. Du bist jetzt wieder verheiratet? Ich bin wieder verheiratet seit 2003, ja. Ja. Und mein Mann, der weiß das auch und der hat natürlich auch eine Abneigung. Aber man spricht nicht drüber. Man kehrt das alles irgendwie unterm Teppich. Also deine jetzige Tochter ist zwölf Jahre alt? Die ist jetzt zwölf, ja. Und du hast noch ein Kind? Ich habe noch zwei Töchter mehr. Die eine ist neun und wir haben jetzt wieder ein gemeinsames Kind. Und meine Auffassung ist ja immer in diesen Fällen, dass man solche Menschen unbedingt belangen muss. Ja, das bin ich auch. Einmal aufgrund der Tatsache, dass sie schlimme Verbrechen begangen haben an Menschen. Und zum anderen, um weitere schlimme Verbrechen zu vermeiden. Deswegen, weil er meine Nichte ja auch schon angefasst hat. Auch letzte Woche erst wieder. Und ich finde auch, dass man dann in Kauf nehmen muss, dass dann die ganze Familienstruktur, ja, die wird auseinanderbrechen. Ja, die wird auseinanderbrechen. Und ich habe eben Angst davor, dass meine Mama nicht mehr zu uns steht. Dass ich meine Mama verliere. Ja, da habe ich Angst vor. Ja, aber das fände ich ausgesprochen schlimm. Ja. Wenn sogar jetzt deine Mutter nicht zu euch stehen würde, dann dürfte sie auch nicht geschützt werden. Ja, das stimmt. Finde ich. Ja. Denn sie ist eine erwachsene Frau und sie weiß, was das bedeutet. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist nicht einfach. Man weiß einfach nicht, was man machen soll. So, wenn ihr da solche strafrechtlichen Dinge überlegt und plant, wäre es natürlich gut, wenn ihr euch diesbezüglich beraten lassen würdet vorher. Ja, wo kann man da hingehen? Ja, da würde ich dir gerne jetzt behilflich sein. Ja. Das heißt, wir sind dir behilflich. Ja. Dann legst du auf und die Anja, das ist meine Psychologin heute Nacht, ruft dich an und dann könnt ihr alles weitere besprechen. Oh, super. So machen wir es. Prima. Lieber Angelika, alles Liebe und alles Gute von Herzen. Ja, vielen Dank, Dom. Auf Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, morgen haben wir Donnerstag, das Weiber Fastnacht. Eigentlich ist Donnerstag immer ein Thementag. Wir machen es morgen mal ein bisschen anders, weil Weiber Fastnacht ist. Es ist eine freie Sendung, aber ich möchte unter anderem dann auch gerne mit euch über krasse Karnevalserlebnisse reden, die ihr dann am Weiber Fastnacht erlebt haben werdet oder vielleicht auch aus vergangenen Jahren erzählen könnt. Die krasse Karnevalserlebnisse morgen so eingesprengselt in unsere freie Themennacht hier bei uns. Hier ist Carina und Carina ist 27 Jahre alt. Hallo Carina. Hallo Jürgen. Hallo. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, also ich bin seit acht Jahren mit meinem Mann zusammen, also drei Jahre verheiratet und der Fetisch steht zwischen uns. Der Fetisch? Ja. Was für ein Fetisch? Also mein Mann ist devot und er möchte ganz gerne, wenn ich so sagen darf, dass ich ihn unter der Decke aufhänge und schlage in Lack und Leder und allem drum. Also ich soll eine richtige Domina sein für ihn. Habt ihr denn solche Vorrichtungen, dass du ihn unter die Decke hängen kannst? Und das noch nicht, aber er hat so Fesseln von Sego Fix, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Die gibt es in Kliniken und dass die Leute nicht aus dem Bett fallen und nicht und sowas alles hat. Also er hat schon einen Karton da stehen und so Elektrospielzeug und Katheter und Einlauf. Solche heftigen Sachen auch. Ja. Also ihm wäre es am liebsten, wenn du ihm einen Katheter einführen würdest. Hab ich sogar schon gemacht. Hast du schon gemacht? Ja, das war vor knapp dreieinhalb, vier Jahren. Das war eine Acht-Stunden-Session, die ich mit ihm gemacht habe. Und wie gesagt, also das hat ganz langsam angefangen damals, als ihr zusammengekommen seid. Ganz am Anfang, als ihr, war da noch nicht viel von zu spüren? Nein, gar nichts. Also es fing an, er hatte ein paar Strapsen und die wollte er ganz gern anziehen. Also er ist auch gerne Mädchen dazu, das auch noch. Und das fand ich auch noch ganz witzig, ich hab das alles mitgemacht, war eine schöne Abwechslung. Ihn auch war vielleicht mit Schal ans Bett zu fesseln und sowas alles und ihm die Augen zu verbinden und sowas. Und das hat sich ja langsam, hat sich das gesteigert. Und ich hab ihm auch von Anfang an gesagt, dass das ganz witzig ist und dass ich das aber nicht so weit führe, dass ich ihn verkehrt rum unter der Decke aufhänge. Und mittlerweile ist es aber so. Im Laufe der Jahre ist das immer härter geworden und hat sich auch immer mehr so eingespielt, dass du auch die Sachen mitmachst, auch heftige Sachen mitmachst. Also Kathetereinführung finde ich ja schon, das ist schon heftig. Was hast du noch Heftiges schon gemacht mit ihm? Also es war schon das Heftigste, dass ich ihm halt dann Katheter gelegt hab und einen Einlauf und ihm dann auch Alkohol durch den Einlauf eingeführt hab und all sowas. Nur das Problem war jetzt hinterher... Alkohol in den Einlauf? Warum? Das wollte er so. Weil das brennt und ihm das Schmerzen bereitet und insofern irgendwie der Lust bereitet. Ja, und dass er dann halt betrunken wird, ohne was zu trinken, dass er keine Kontrolle darüber hat und solche Dinge, ja. Und nach dieser Acht-Stunden-Session, also das Problem ist eigentlich, dass er immer unzufrieden war hinterher und immer unzufriedener geworden ist und mich immer wieder beschimpft hat, dass ich alles falsch mache, dass ich hinterher das Gefühl hab, dass ich die Devote bin und er der Domino oder wie man das dann nennt. Das geht jetzt seit vier Jahren so? Ja. Ja, und ich hab ihm dann vor anderthalb, zwei Jahren oder so, hab ich ihm gesagt, auch nach der Acht-Stunden-Session, dass er so nicht weitergeht, dass ich das nicht mehr machen kann. Und seit er das weiß, er ist ja nur noch gemeint zu mir und beschimpft mich, macht mich runter. Ich könnte nichts, ich bin nichts und ich mach meinen Haushalt falsch und ihm fällt immer wieder was Neues ein. Das heißt, das ganze normale Alltagsleben ist auch völlig gestört und kaputt. Ja. Seitdem du nicht so funktionierst, wie er das gerne sexuell möchte. Ja. Habt ihr denn jetzt in den letzten Monaten noch Sex gehabt? Nicht wirklich, nein. Nur wenn ich dann wirklich, wenn ich es dann unbedingt wollte, dann hat er eben mitgemacht. Aber das ist für ihn nichts mehr. Das ist für ihn nichts mehr. Ich glaube noch eine Hoch, wenn ich nichts mache. Das heißt, es muss immer sowas Extremes sein und du kommst da letztendlich gar nicht auf deine Kosten. Ja. Du musst ihn da bedienen und musst ihn auf für dich perverse Art und Weise bedienen. Ja. Habt ihr Kinder? Nein. Keine Kinder? Liebst du ihn noch? Ich weiß es nicht, nicht so wie er im Moment ist. Mhm. Gibt es gar keine schönen oder entspannten Stunden mehr zwischen euch beiden? Nein. Gar nicht mehr? Nein. Es ist alles angespannt und er macht dir Vorwürfe und du bist ein Feindbild für ihn? Ja, genau das. Ich bin ein Feind für ihn. Und beschimpft dich, dass du zu nichts fähig bist? Ja. Du kannst den Haushalt nicht machen und du kannst mir keine Einläufe machen, richtig? Genau. Nach dem Motto? Ja. Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich damit zurechtkommen soll. Carina, ich bin eigentlich entsetzt darüber, dass du das so lange erduldet schon hast. Und dass du so lange etwas mitgemacht hast, was nicht dein Ding ist. Ja. Wie hast du dich verleugnet in all diesen Zeiten? Ja. Selbst, wie befasst man das Wort Selbstvergewaltigung verbrauchen? Ja. In Fünfzeichen schon setzen. Ja. Da hast du recht, Omya. Ich finde, das hört sich so dramatisch an, dass es da gar keine Lösung gibt, außer der Lösung zu sagen, geh. Ja. Ja. Das denke ich auch. Also ich würde auch jetzt nicht einen einzigen Ansatz sehen, wo man vielleicht irgendwie was finden kann. Wenn der so krass drauf ist und das scheint er ja nur wirklich zu sein und über Jahre hat sich das ja bewiesen. Ja. Und du bist so komplett auf der anderen Seite und er hat dich so behandelt und das zieht sich jetzt auch noch in euer normales Leben hinein, ist die Sache sowas von kaputt. Ja. Ja. Dass du da raus musst, dass du aus der Ehe da raus musst, um dich auch zu retten. Dich zu retten. Ja. Wie lange hast du keine Zärtlichkeit mehr erfahren? Och, von meinem Mann? Ich weiß es nicht. Das ist schon zwei, drei Jahre. Oh mein, nettes Wort. Du siehst schön und du siehst gut aus. Oder das, was sich für mich freut, mal irgendwann bei irgendwelchen Sachen. Und wenn ich Erfolg habe, dann macht er das auch immer runter. Und er gönnt mir nichts. Bist du berufstätig? Im Moment nicht. Nein, ich habe Büroka-Frau gelernt. Was glaubst du, wie er reagiert, wenn du sagst, ich möchte mich trennen von dir? Ach, dann lacht er mich immer aus. Das heißt, das hast du schon mal gesagt? Ja. Weil er dich nicht ernst nimmt, deshalb lacht er dich aus? Ja. Du bist für den? Ja, der soll ja sowieso auf der Straße enden und das sollte ich mal machen und all sowas. Und damit macht er dich nochmal nieder. Ja. Und macht dich nochmal kleiner. Mhm. Und tritt seine Füße auf dir ab. Ja. Da musst du einen Strich drunter ziehen, Carina. Das darfst du nicht machen. Das ist ja ganz schlimm. Ich finde das ganz schlimm. Ich finde es grauener, was du erzählst. Ah, danke. Man hat auch eine hohe Verachtung für deinen Partner. Mhm. Dass er so egomanisch und so rücksichtslos da sein Ding durchzieht. Mhm. Und selbst nicht die Größe hat zu sagen, okay, wenn du das nicht mitmachen willst, dann müssen wir getrennte Wege gehen. Dann suche ich meine Frau, die sowas will. Ja. Du hast doch, wenn du diese extremen Sexsachen gemacht hast, hast du dich geekelt auch davor? Ja, zum Schluss, ja. Also so, dass es immer extremer wurde. Besonders dann bei dem Einlauf und alles. Das war schon... Und jetzt, dieser aktuelle Wunsch ist, dass er sich an die Decke hängt? Ja, schon, ja. Und du ihn dann von unten schlagen sollst, oder? Genau. Und demütigen und... Ja. Und er ist dabei, solche Sachen zu bauen bei euch in der Wohnung oder im Haus? Nee, das nicht. Aber er hat schon... Also er würde sich ganz gern sowas kaufen. Und ich habe im Moment das Glück, dass unsere Decke nicht so stabil ist hier in der Wohnung. Wie absurd. Und deswegen würde das wahrscheinlich nicht funktionieren. Und mit diesem Wunsch liegt er dir jetzt aktuell immer in den Ohren? Dass er das machen will und... Mhm. Wie sieht das denn bei dir aus, rein praktisch? Und kannst du mehr oder weniger von heute auf morgen sagen, ich gehe? Nee, eigentlich nicht. Das heißt, du kannst nicht irgendwo Unterschlupf finden bei einer Freundin oder so? Das ist schlecht. Das heißt, du musst dir was suchen? Mhm. Aber das musst du machen. Ja, das mache ich auch, Jürgen. Und du musst es wirklich radikal machen. Und wenn er dich zehnmal nochmal auslacht, musst du ihm vorvollendete Tatsachen irgendwann stellen. Ja. Können wir dich, ohne es ihm zu sagen, so schnell wie möglich schon um eine Wohnung, dann bist du weg. Dann musst du halt von unten anfangen. Ja. Das ist wahrscheinlich dann schwierig und kompliziert und alles nervig, aber es ist auf jeden Fall ein Anfang für dich. Mhm. Und über kurz oder lang ist es ein Erfolgserlebnis für dich, weil du einfach diesen Horror nicht mehr an der Backe hast. Ja. Das werde ich machen, Jürgen. So, wenn du jetzt noch eine Hilfe haben möchtest von meiner Psychologin... Ähm, ja, das wäre nicht schlecht. Dann können wir das machen. Ja. Dann legst du bitte auf, Carina. Ja. Und die Anja ruft dich gleich an. Das ist nett, Jürgen. Okay, mach's gut. Und Kompliment an deine Sendung. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Na, das ist aber auf die Sekunde. Genau, kommt die Schlussmusik. Das war's schon wieder für heute in der Technik von Volker Tarkim. Nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen ist Weiberfastnacht. Äh, da wollen wir ein bisschen über Karneval uns unterhalten. Über krasse Karnevalserlebnisse, krasse Karnevalsgeschichten, die ihr, äh, schon erlebt habt. Das können sexuelle Sachen sein, das können gewalttätige Sachen sein, ähm, das können vielleicht das Sachen sein, der, äh, extrem Untreue oder was weiß ich. Also, wenn ihr gerne solche Sachen mit mir morgen besprechen wollt, mir die erzählen wollt, dann meldet euch. Wie immer auch morgen ab 0 Uhr sind wir erreichbar unter 0800 220 50 50 oder ihr könnt immer mailen unter domian-at-wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschau. Tschau.